Sie sind so peinlich, Herr Gretschmer. Sie haben Ihre Kinder impfen lassen mit vier oder fünf Jahren. Sie sind peinlich. Sie, Sie sind eine Gefahr. Herr Abgeordneter Hünig, jetzt muss ich Sie doch mal unterbrechen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wären über Leichen gegangen. Wir haben uns hier verständigt. Das ist ein Ordnungsruf wert. Wann habe ich das gesagt? Das waren Sie. Das ist ja noch schlimmer. Der Fraktionsvorsitzende. Dann bekommen Sie von mir einen Ordnungsruf dafür. Herr Hünig, ich entschuldige mich, dass ich Sie jetzt eben damit belangt habe. Und jetzt würde ich doch sehr herzlich bitten, dass wir wieder auf eine sachliche Ebene zurückkehren. Sie haben das Wort, Herr Hünig. Das kann ich Ihnen nicht garantieren. So, jetzt gibt es noch mal einen Zwischenruf. Würden Sie den gestatten, Herr Hünig? Ach, Herr Keller, bitte. Herr Abgeordneter Keller, bitte an Mikrofon zwei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und vielen Dank, Herr Hünig, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sowohl der Vorredner als auch Sie in verschiedenen Wortbeiträgen sagen ja zu jedem Zeitpunkt, dass Sie die Wirkung der Impfung nicht sehen. Ich frage Sie jetzt hier auch noch mal ganz konkret. Sehen Sie ein und haben Sie zumindest das auch als Erkenntnis nach dem Untersuchungsausschuss mitbekommen, dass bei schwer erkrankten Menschen die Impfung dafür gesorgt haben, dass diese eben an der Corona-Erkrankung nicht verstorben sind? Akzeptieren Sie auch nach den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses, dass die Impfung hier Leben gerettet hat? Vielen Dank. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Keller, grundsätzlich. Ich habe immer gesagt, und das erzähle ich immer und auch heute noch, lassen Sie uns den ersten Lockdown und die ersten vier Wochen danach okay sein. Das ist in Ordnung, das kann man entschuldigen. Alles, was danach kommt, ist eben ein Problem. Weil auch diese Impfung eben, weil auch diese Impfung, und das hat Ihnen das, das hat Ihnen das RKI, das hat Ihnen das Pai und das hat Ihnen vor allen Dingen Pfizer und die EMA bestätigt, dass diese Impfung nicht das gemacht hat, was Sie machen sollen. Und jetzt kann man das, jetzt kann man das als Regierung leugnen. Ich verstehe das. Es ist menschlich, völlig in Ordnung. Es ist nur menschlich komplett falsch. Würden Sie noch einmal eine Zwischenfrage gestatten? Ja, natürlich. Das ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und auch vielen Dank, Herr Hönig, dass Sie die erneut zulassen. Ich würde die Frage noch einmal so formulieren, dass auch Sie die vielleicht einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Wir hatten jetzt einen ersten Corona-Untersuchungsausschuss, wir hatten einen zweiten Corona-Untersuchungsausschuss. Alle dort Anhörigen haben sehr klar gesagt, dass bei vulnerablen Gruppen, bei multimorbiden Persönlichkeiten die Impfung vor allem dazu geführt haben, dass diese Menschen eben nicht verstorben sind, sondern am Ende oftmals auch durch die Impfung hier bessere Chancen hatten, noch zu überleben. Ich frage Sie also ganz konkret, ich frage Sie ganz konkret, sehen Sie ein, dass die Impfung quasi geholfen hat, vor allem bei schwer erkrankten Menschen leichter an Corona zu erkranken, beziehungsweise auch durch die Impfung zu überleben? Das ist eine Ja- oder Nein-Frage, und ich würde auch bitten, Sie vielleicht einfach kurz zu beantworten. Diese Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Sie können das ja auch nicht. Erstens. Sie haben nicht eine einzige Studie vorgelegt, und wir haben mehrmals gefragt, indem Sie uns bitte nachweisen können, dass die Impfung Tatsache geholfen hat. Sie haben es nicht getan. Frau Nonnemacher hat es nicht getan. Nicht mal das Pai konnte uns das vorlegen. Null. Es gibt keine Wirksamkeitsstudie dieser Impfung. Es tut mir leid. Auch wenn Sie daran glauben. Ich verstehe das, dass Sie daran glauben. Ich glaube nur, wir haben bisher nichts dergleichen gehört, dass es diese Impfung in irgendeiner Art und Weise hilft. Das ist das Problem. Deswegen sind wir von Anfang an. Es wäre eine andere Situation gewesen mit dieser Impfung, wenn es auf vollkommener Freiwilligkeit gewesen wäre. Sie haben Leute gezwungen. Sie haben Leute durch Mobbing, durch Kündigung, durch... Es ist unglaublich, was da passiert ist. Sie haben Menschen als Faschisten bezeichnet, weil sie sich nicht impfen lassen haben. Sie haben gesagt, es ist die Pandemie der Ungeimpften. Sie waren das. Sie mit Ihrem Ganzen... Bei allem Respekt. Sie ist... Sie alle. Sie alle haben hier... Sie alle haben hier Maßnahmen. Sie haben... Ich... Ich habe Sie nicht beleidigt. Ich habe Ihnen nur den Spiegel vorgehalten. Sie, Sie sind daran schuld. Sie sind Täter. So, können wir jetzt einfach noch mal... Können wir noch mal zu einer ruhigen Atmosphäre zurückkehren? Ich verstehe die Aufregung, aber jetzt versuchen wir es wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt hat sich ja Abgeordneter Dr. Berndt noch mal gemeldet. Bitte schön. Herr Keller. Herr Keller. Herr Keller. Ich versuche es sachlich. Ich bin zu allem bereit. Legen Sie uns vor, dass es geholfen hat. Legen Sie uns die Daten vor. Ohne Scheiß. Ich bin dafür. Ich gucke mir das alles an. Ja, und Sie haben nicht einem was vorlegen können. Sie haben es nur behauptet. Sie haben von uns verlangt, dass wir was vorlegen, aber Sie haben nichts vorgelegt. Die Vertreter vom RKI haben gelogen. Nach dem, was Sie gesagt haben, haben Sie gelogen, dass die RKI-Protokolle etwas ganz anderes aussehen, als was Sie bei uns im Untersuchungsausschuss gesagt haben. So, jetzt fragen Sie noch mal. Wir bieten das Gespräch immer an. Aber Sie, Sie nicht. Ich weiß nicht, wie ich Sie einkriegen soll. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Berndt zulassen? Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Hünich, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Es sind genau genommen zwei Fragen, weil ich die eine mit der anderen verknüpfen muss. Die erste Frage ist die, Herr Kollege Hünich, können Sie bestätigen, dass aus den RKI-Files, aus den entschwärzten Protokollen der RKI-Diskussion hervorgeht, dass man im RKI selber wusste, dass es keinen Nachweis für die Wirksamkeit der Impfung gibt? Und können Sie mir zweitens bestätigen, dass die Impfung nicht nur für Risikogruppen empfohlen wurde, sondern allgemein die Impfung gefordert wurde und gefördert wurde durch die Landesregierung auch? Und können Sie drittens auch bestätigen, dass ich hier im Landtag wiederholt darauf hingewiesen habe, dass diese Impfungen, diese Covid-Impfungen, ein um den Faktor 10 bis 100 höheres Maß an Nebenwirkungen, an schädlichen Nebenwirkungen haben als konventionelle Impfungen? Ich kann natürlich alle drei Sachen mit Ja beantworten, weil A, war ich im Untersuchungsausschuss dabei, zweitens haben wir, zweitens, verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe, ja, nein, es hat überhaupt keinen Wissenschaftler. Es geht nicht darum, dass er gelogen hat, sondern Sie haben bisher nichts nachweisen können. Hören Sie auf, Herr Keller, Sie haben nichts nachweisen können. Im Gegenteil, Frau Keller-Stanislavski hat sogar im Untersuchungsausschuss gesagt, es gab noch nie, nie so viele Nebenwirkungen wie bei dieser Impfung. Bei allem Respekt, Sie können das alle leugnen, es wird ein Tag kommen, an dem Sie es nicht mehr leugnen können. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.